Sprich Bayern Nation München, sei abonniert, ich bringe dir die besten Inhalte. Lass dein Like da, los geht's. Verstehen Sie alles, bleiben Sie bis zum Ende des Videos. Oliver Kahn bestätigt. Bayern-Fan Cristiano Ronaldo macht noch Spesen in Blanbett? Es lohnt sich? Hinterlasse deine Meinung in den Kommentaren. Das wäre einer der größten Transfers in der Geschichte der Bundesliga gewesen, wie? Oliver Kahn gegenüber Sportbild bestätigte, befasste sich der FC Bayern im Sommer mit reiner Verpflichtung des Portugiesen. Wir haben Ronaldo beim FC Bayern und wahrscheinlich auch Dortmund kurz besprochen. Wir sehen auch in der Bundesliga das große Ganze. Es ist klar, dass Superstars wie Ronaldo ein wichtiger Faktor sind, um die Aufmerksamkeit der Liga auf sich zu ziehen, sagte der Münchner. Trainer im Doppelinterview mit BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Das Interesse war jedoch nicht sehr spezifisch. Er ist einer der größten des letzten Jahrzehnts. Aber das haben wir sehr schnell wieder verworfen, so Kahn weiter. Am Ende blieb Ronaldo bei Manchester United, obwohl er Ersatzspieler für Eric Den Haag war. Fan, vielen Dank, ich weiß es wirklich zu schätzen, wenn du es soweit geschafft hast. Ich verspreche, Ihnen mehr Inhalt zu bringen. Anmelden. Rauschen ender hurting Rauschen cả Vielen Dank.